MrWissen2go hat in einem Video über die Trockenheit in Deutschland gesprochen. Er hat den Wasserkreislauf erklärt, wie Wasser versickert, dass die ganzen Flächen, die verdichtet werden, auch als Ursache gesehen werden kann und welche Folgen auch das Ganze in der Zukunft für uns haben wird in Bezug auf die Landwirtschaft und die Beziehungen international zwischen Staaten. Ein paar Ansätze, was wir in Zukunft in Bezug zu Wasser tun sollen, hat er auch erwähnt und nach meiner Meinung noch etwas übertrieben auf die Angst geschürt, dass es in Zukunft Kriege ums Wasser geben wird. Eine Sache im Video hat mir dann doch gefehlt, die ja kurz angeschnitten worden ist und zwar in Bezug auf den Erdbeeranbau in Andalusien, da wo auch Unmengen an Wasser benötigt werden, da zum Beispiel in der Region sehr viel Wasser aus einem See gepumpt wird und der Pegel hat die ganze Zeit sinkt, aber auch dieser See sehr wichtig ist für die Tiere vor Ort. Warum werden die Erdbeeren jetzt so stark bewässert? Einerseits sind Erdbeeren Flachwurzler, das heißt sie kommen nicht in tiefere Erdschichten und könnten sich da vielleicht das Wasser rausholen und wenn man halt große Früchte haben möchte, muss man halt besonders bei den Erdbeeren schauen, dass sie eine gute Wasserversorgung haben. Außerdem wird in dem Anbau von den Erdbeeren nicht auf eine Bodenpflege geachtet oder auch zum Beispiel gemulcht, dass der Boden nicht ganz so schnell austrocknet durch die Hitzen, die sie doch dort haben. Die Erdbeerkultur ist so stellvertretend dafür, welche Praktiken in einer konventionellen Landwirtschaft, in der Forstwirtschaft und einer Massentierhaltung betrieben werden, die den natürlichen Wasserkreislauf stören. Und die haben enorme Auswirkungen auf unseren Wasserkreislauf und mit Pflug und der Axt schaffen wir uns sozusagen unsere eigenen Wüsten. Vor sehr langer Zeit hatten wir hier in Deutschland und in Europa sehr schöne stabile Mischwälder, die halt über die Jahrtausende immer weiter gerodet worden sind. Wälder sind gewichen für Wohnräume, Städte, Häuser, für Straßen, für die Industrie oder auch für Ackerfläche. Allerdings ist ein Wald ein sehr wichtiger Organismus für unser Ökosystem. Beobachten wir den Wald, dann können wir Folgendes feststellen. An heißen Sommertagen ist es im Wald sehr schön kühl und das sehen wir auch an heißen Sommertagen, wenn wir mal unter einem Baum nach Schatten suchen. Es ist viel kühler als in der Stadt oder auf den offenen Ackerböden, wo halt hier der Boden auch noch Sonne und Wind ausgesetzt wird und hier nochmal zusätzliche Erosion gefördert wird. Das haben wir in einem guten Wald auch nicht, dass der Boden einfach offen ist. Dort ist er immer mit irgendwas bedeckt, meist mit irgendwelchen Pflanzen, Kräutern zum Beispiel oder auch mit dem Laub von den Bäumen. Dadurch entsteht eine bessere Bodenstruktur durch die Regenwürmer und Mikroben, die ja das organische Material umsetzen und ein guter Boden kann auch Wasser viel besser halten. Die offenen Böden hingegen trocknen schnell aus und werden auch hier staubig und da findest du sehr wenig bis gar keine Mikroben oder irgendwelche Bodenlebewesen, wie zum Beispiel ein Regenwurm. Das starke Pflügen ist auch nicht förderlich für das Bodenleben und bringt auch hier sehr viel in der Bodenstruktur durcheinander. Mikroben in der unteren Schicht, die sich in der Finsternis wohlfühlen, werden hier nach oben gebracht und wenn sie dann oben an der Oberfläche sind, einfach offen, ohne irgendwelche Abdeckungen und die Sonne knallt drauf, dann trocknen sie auch aus. Die starken Verdichtungen sind auch kontraproduktiv, denn dadurch kann das Wasser in dem Boden nicht mehr so schön absickern, sondern wenn halt hier starke Regenfälle dann kommen, was ja vermehrt bei uns im deutschen Sommer jetzt mal immer wieder passiert, dass halt wenn es mal regnet, alles auf einmal runterkommt und der Boden dann nicht mehr die Fähigkeit hat, das alles aufzunehmen, sondern dass halt mehr den Ackerboden ausschwemmt und sozusagen die Erde dann auch wegträgt. Wir hier im Garten versuchen ja eine krümelige Bodenstruktur zu bekommen, weil diese halt sehr gut Wasser speichern und aufnehmen kann. Das sieht man auch zum Beispiel, wenn man offene Böden hat und man nimmt dann eine Hacke in die Hand und versucht dann zum Beispiel diese Risse wieder wegzumachen, die halt dadurch entstehen, wenn halt der Boden lange Trockenzeiten ausgesetzt ist und man versucht halt dann hier wieder diese krümelige Struktur wieder hinzubekommen, weil dadurch auch das Wasser weniger verdunstet und jetzt hier bei mir in der Permakultur mulche ich ja auch sehr viel, damit der Boden bedeckt ist, da verdunstet ja auch weniger und wenn es dann stark regnet, dann wird halt zuerst mein Mulchmaterial nass und der ganze Regen, der sickert halt langsam auf die Mulchschicht und kann dann hier, diese Feuchtigkeit wird dann auch auf meinen Boden weitergegeben und der kann dann hier das langsam das Wasser aufnehmen, welches dann auch hier in die tieferen Schichten absickert. Zusätzlich arbeite ich noch Pflanzenkohle und Holzhack mit unten ein, weil die ja auch wieder ein bisschen Wasser speichern können. Also letztlich geht es bei dem ganzen Thema auch darum, dass man halt schaut, dass man eine gute Bodenstruktur wieder aufbaut und das Bodenleben mit solchen Maßnahmen fördert. Weitere Lösungen für die konventionelle Landwirtschaft wäre zum Beispiel Agroforst, wo in bestimmten Abständen Bäume mit auf die Ackerfläche raufgepflanzt werden, natürlich so in den Abständen, dass du halt eventuell noch mit den Maschinen durchfahren kannst. Vorteil davon ist, dass sie halt einerseits Schatten spenden, sie spenden auch organisches Material in Form von Laub, was man halt hier wieder als Mulchmaterial und Düngung für den Acker nutzen kann. Sie durchwurzeln auch ziemlich gut den Boden, das heißt der Boden wird auch an Ort und Stelle gehalten und die können dann auch hier aus tieferen Erdschichten ihr Wasser beziehen, Nährstoffe auch wieder mit Hilfe von ihrem Laub dann wieder nach oben bringen, wenn sie es halt zum Beispiel abwerfen. Zumal der Baum auch kühlende Funktionen erfüllt, mit Hilfe von seinem Schatten zum Beispiel und das auch sehr wichtig ist, wenn es zum Beispiel Temperaturen von 40 Grad plus hat auf dem Feld. Damit der Boden nicht offen bleibt und immer schön bewurzelt bleibt, könnte man auch zum Beispiel mit Gründüngungspflanzen arbeiten, die man dann halt dann, wenn die Hauptkultur wieder kommt, unten einarbeitet und so auch wieder das Bodenleben zusätzlich fördert mit dem organischen Material. In der jetzigen konventionellen Landwirtschaft wird auch sehr viel Futter für die Tiere in der Massentierhaltung angebaut und neben dem Futter brauchen sie auch eine enorme Menge an Wasser. Hier sollten wir uns auch mal überlegen, wie wir das denn lösen wollen. Jetzt würden vielleicht einige sagen, vegan, okay, wird aber trotzdem auch einige Menschen geben, die vielleicht nicht auf Fleisch und tierische Produkte verzichten wollen und da muss man vielleicht auch eine Lösung für den Übergang finden und dabei ist es ja am besten, wenn man halt hier zum Beispiel eine schöne Weidehaltung hat und in der Weide auch ein paar Bäume mit reinpflanzt, damit halt hier zum Beispiel die Kühe eine Beschattung haben, die Kühe behörnt auch lassen. Mehr kleine Höfe, die halt versuchen, die Tiere natürlich und artgerecht auch zu halten. Und ja, der konventionelle Massen-Avocado-Anbau ist auch ein enormer Wasserschlucker und auch hier das Gleiche wie zum Beispiel bei der Massentierhaltung mit dem Fleisch, dass man halt hier auch lokale Kleinbauern unterstützt, die halt ihre Avocado-Bäume mit Permakultur-Prinzipien anbauen. Die verbrauchen nicht so viel Wasser, weil sie halt hier auch schauen, dass sie ihren Boden aufbauen, hier mulchen und auch hier dann einfach gucken, dass sie das Wasser so gering wie möglich halten. Nächstes Problem Steckenpferd ist die Forstwirtschaft mit ihren Fichtenmonokulturen. Erstens sind die Fichten nicht darauf ausgelegt, hier bei uns in einem warmen Flachland zum Beispiel zu wachsen und dann sind sie auch noch Flachwurzler und mit ihren Nadeln können sie auch gut den Boden übersäuern. Dadurch ist die Verkompostierung nochmal zusätzlich erschwert und die Nadeln, die sind jetzt kein gutes Mulchmaterial, da kommt der Regen auch ziemlich einfach durch, wenn es halt hier stark Regen ist. Das heißt auch hier, wie wir vorhin beim offenen Boden dann besprochen haben, da klatscht der Regen dann einfach so drauf, da hast du sehr viele Regenmengen und die halt dann nicht schnell genug in den Boden einsickern können, weil der Boden das halt einfach nicht aufnehmen kann. Das heißt das Wasser fließt einfach davon. Am Dorf, wo ich jetzt hier wohne, haben wir so einen Fichtenforst und da sehe ich halt auch, dass halt in sehr vielen Stellen, da wo halt dann der Fichtenwald halt hier so beginnt, dass du keine Unterbepflanzungen findest. Die Gemeinde von uns versucht halt dann schon jetzt hier so einen bemischten Wald wieder herzustellen, wo sie halt auch hier anderes Laubgehölz anbauen und da sieht man auch dann schon langsam, dass dann hier vermehrt Unterbepflanzung zu finden ist, also in Form von verschiedenen Kräutern, die ja auch wichtig sind halt für die hohe Luftfeuchtigkeit, die dann auch in dem Wald vorherrschen. Das ist halt auch ein sehr wichtiger Punkt, dass wir halt das Wasser auch wieder in die Luft mit reinbekommen. Was genau ist sehr wichtig, dass wir wieder weg von den Forstmonokulturen kommen und Richtung schöne Mischwälder in Form von Dauerwäldern zum Beispiel. Viel mehr Dauerwälder anzulegen, diese auch zu pflegen und zu erhalten und das weitere Vorteil dabei ist halt auch, dass die Holzqualität bzw. die Ernte von Holz auch in einem Dauerwald viel besser ist. Das alles wäre doch eine schöne Ergänzung zu dem Punkt, wie der Wasser mehr wertschätzen. Schätzen wir doch Wasser, indem wir halt Wasser pflanzen. Helfen wir dabei Land- und Forstwirte, das auch umzusetzen bzw. auch einfach Menschen, die zum Beispiel Permakulturprojekte haben oder solidarische Landwirtschaften, allgemeine Projekte, die sich ja damit beschäftigen, den Wasserkreislauf zu fördern, zu schließen und auch einen Beitrag für die Natur zu leisten. Und...